Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu der großen Roblox-Suche, dem größten Event in Roblox, seit es Roblox gibt, glaube ich, tatsächlich. Und wir, oh, die haben ja brutal viele Marken alle. Das funktioniert wie folgt. Ihr seht hier im Umkreis 100 Roblox-Spiele. Ein Feld ist ein Roblox-Spiel. Wir haben zum Beispiel hier, haben wir Toilet Tower Defense. Hier haben wir Notruf Hamburg. Hier haben wir Tower Defense Simulator. Hier haben wir Untoter Verteidigungsthycoon. Naja, wir haben auf jeden Fall 100 verschiedene Spiele. Es gibt eine Aufgabe in jedem einzelnen dieser Spiele. Schaffen wir es, wird ein Portal abgehakt und wir bekommen die Münze hier oben in der Ecke. Haben wir insgesamt 100 Münzen gesammelt, können wir das seltenste Roblox-Item aller Zeiten holen. Die goldene Krone aus diesem Ei. Das wird crazy, Alter. Wir beginnen, Leute. Wir beginnen aber vorne. Ich würde sagen, mit diesem ersten Spiel flankt unbedingt den Like-Button. Denn ich denke, es wird eine XXXL-Aufnahme. Also lasst da auf jeden Fall eine positive Bewertung. Der wird mich sehr freuen. Und wir beginnen mit Project Smash. In diesem ersten Spiel muss man, das ist, glaube ich, ein bisschen wie Project, ähm, wie Super Mario Smash. Ich glaube, deswegen kommt auch der Name so ein bisschen. Man hat hier, oh, da ist es, 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 da gespawnt. Ja, 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 ja. Ja! Jetzt hatte ich gar keine Zeit, es zu erklären. Also auf jeden Fall, ich erkläre euch ganz kurz, was passiert ist. In diesem Spiel musst du quasi, also mit Hits kannst du die Prozentzahl der Leute hochbringen. Und je höher der Wert ist, desto mehr Rückschluss bekommst du. Problem, ich habe eine, oh, ich habe so eine Dulli-Klasse hier noch am Anfang, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Und jetzt ist gerade zufällig, ähm, der Pokal gespawnt für die Hunter-Quest, die wir ja auch machen. Und weil die gerade zufällig neben uns war, war mir der erste auf dem Server, der die eingesammelt hat. Und das ist das, was wir da gerade, gerade hier unter dieser Treppe da gemacht haben. Das heißt, wir könnten vom Prinzip her jetzt eigentlich schon gehen. Wir haben das erste Spiel erfolgreich abgeschlossen. Aber ich würde gerne auch hier ein paar Kombos drücken. Ich würde somitest ein Kill. Bruder, da, 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 da. Wir müssen, oh, die haben hohe Prozentzahlen. Ich glaube, da geht was. Aber ich bin halt nur ein Opfer-Ninja. Aber wir kriegen das schon hin, Leute. Ich mache das. Also, ich kann auch Attacken machen hier. Zack. Wirbel-Win, oh, Wirbel-Win-Slash. Das ist ja übel los. Hat gar nichts gebracht. Alter, die geben mir so brutalste Kombis. Oh, der hat gesessen. Feuercracker jetzt. Ich habe einen Kill gemacht. Den da hinten. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Mann, die mit den Bögen-Schüssen da, der ist nervvoll. Wir wollen uns noch einen suchen. Ich habe halt schon einen relativ hohen Prozentsatz. Aber die auch. Die auch. Oh, die hat es gescheppert. Der hat schon 112 Prozent, der eine, ne? Wirbelwind. Na, schade. Ich sparen einfach mal alle Attacken. Feuercracker. Und jetzt das. Oh, nein, 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 nein. Oh, Alter, das war knapp. Okay, man kann wirklich so Über-Kombos geben. Ja, das war's, oder der ist weg. Ist er tot? Nee, nee, nee. Keine Animation, der lebt. Ah, doch, jetzt ist er tot. Okay. Ich würde gerne die mit dem Bogen killen, glaube ich. Ich glaube, ich habe noch nie jemandem eine Kombo gegeben irgendwie. Dich. Oh, ja, 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 ja. Oh. Der hat Big Knockback bekommen, aber leider nur gegen eine Wand. Muss auch ein bisschen taktisch vorgehen. Den habe ich jetzt, den habe ich safe. Das ist genau so ein Anfänger wie ich. Nee. Er hat Feuercracker gemacht, aber kann ich auch machen. Oh, der ist gepfeffert, Alter. Okay, Wirbelwind Slash ist es, glaube ich. Passt auf. Und go. Ja, ich habe einen Kill gemacht. Yippie. Ab zum nächsten Game. Wir haben jetzt zwei Münzen, wie ihr unten rechts erkennen könnt. Einmal Project Smash, was wir gerade gespielt haben. Und da hinten haben wir noch einen Haken. Das ist aber wegen technischen Störungen. Da hat irgendein Spiel ein Problem. Deswegen hat man da automatisch den Award bekommen. So, was haben wir denn als nächstes Spiel? Wir nehmen Legends of Speed. Da bin ich ein Profi in dem Game. Let's go. In diesem Spiel müssen wir 3000 Schritte gehen. Hier unten seht ihr den Timer. Das Gute ist, wir sind schon, naja, also man beginnt halt mit einem. Warte, kann ich irgendwie rebirthen? Ich rebirthe mal, dann seht ihr das. Hä? Tausche, du bündelst 175 Level. Ich bin Level 32, ich kann nicht rebirthen, tut mir leid. Ich habe das ganze Spiel halt schon komplett durchgespielt. Ich habe das jetzt auch schon geschafft. Aber wir können ja mal ein bisschen gucken hier. Level up. So, äh, gibt es hier neue Welten? Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, ich mache mal ein Rennen, Alter. Ich mache mal ein Rennen. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt, seitdem nicht mehr gezockt. Aber vielleicht, wir haben ja, dadurch, dass wir schon so OP sind, haben wir es halt instant geschafft, hier die Medaille zu holen. Aber ich schaue mal, ob wir hier... Ja, ja, guckt mal, wie schnell wir sind. Wir dominieren den Server easy. Wir sind immer noch OP, aber wir es ewig nicht angerührt haben. Aber ich frage mich, ob es neue... Warte mal, wo ging es denn weiter? Hier, genau, in die mysteriöse Höhle, da wollen wir rein. Es muss doch eigentlich... Ah, jetzt muss man hier immer einen Jump'n'Run schaffen. Ja, ja, ja. Aber ich bin so schnell, dass ich, glaube ich, einfach drüber jumpen kann. Locker, Schneestadt, jawohl. So, aber es geht noch weiter. Es gab noch mehr Welten, genau. Hier konnte man lang, da konnte man in die Inferno-Höhle. Und da können wir, denke ich, auch einfach drüber jumpen. Perfekt. Und hier drüber. So, dann kommen wir zur Magma-Stadt. Bub. Und hier... Ja, ich glaube, das war das Letzte. Elektrohöhle. Ich glaube, die ist... Ah, die ist neu. Wir brauchen 10 Wiedergeburten. Boah, die haben wir nicht. Wir haben nur 5. Okay, es gibt tatsächlich eine neue Welt in dem Game. Geil. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und gehen direkt zum nächsten Spiel. Drei Münzen, Leute. Nächstes Spiel. Super League Fußball. Geil, Alter. Okay, let's go. Hier ist die Quest, dass wir zwei Spiele absolvieren müssen. Dortmund, let's go. Rechter Flügelspieler bin ich. Let's go. Okay, hier kann ich... Links kann ich schießen. Ja, okay, wir sind... Was ist das, ist unser Tor? Junge, was hat der für Überboots? Ich glaube, die haben gerade ein Tor gemacht, oder? Nee? Okay, ja, ja, gut, 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 gut. Kameramann, hier, pass, 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 hier. Nein, er ist ein Solo... Oh, er ist Solo-Bolo. Oh, oh. Torwart, du musst kochen. Okay, warte, das kann ich denn überhaupt machen? Ich kann hier ablenken. Ich kann passen. Ich kann schießen. Ich kann tacklen. Oh, nein, Chelsea hat ein Tor gemacht. Ich habe nicht... Ich habe die Steuerung durchgelesen. Hallo? Ich habe den Ball, ich habe den Ball, ich habe den Ball. Und ich gehe durch. Nein, ich wurde auseinandergenommen. Die wissen alle, wie man tacklet. Da steht aber als Tackle die Untaste. Was soll denn zum Teufel eine Untaste sein? Oh, aber so haben wir denn einen Torwart. Der kann ja gar nichts. Istanbul gegen Mailand. Okay, wir sind... Ja, Stürmer, verdammt, das ging nicht. Das wurde schon weggenommen. Nein, ah, ich wollte doch gar nicht da. Hier, ich bin linker Flügelflitzer. Let's go. Oh, ja, das Stadion ist randvoll. Eine Giraffe ist sogar im Publikum. Das sind meine Lieblingszuschauer. Okay, wo stehe ich, wo stehe ich? Da, links, links, links. Seht ihr mich? Es geht schon los? Okay, wir sprinten. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Der Torwart hat den Ball von ihm. Hä? Der Torwart macht Faxen. Der macht Faxen, Alter. Ja, ja, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Nein, ich habe gekackt. Er drippelt. Er ist messy oder so. Ja, also was haben denn... Das hat denn unsere Verteid... Torwart, bitte, bitte. Du musst jetzt ganz heftig... Der hat das Ding wirklich... Hä? Torwart? Bruder, was war das? Zuerst hat er 10 Kilometer drüber geschossen. Dann ist unser Torwart für nichts einfach durch die Botanik gehechtet. Und dann hat er das leere Tor geschossen. Was war das denn? Hä? Okay, man kann irgendwie auch dribbeln. Damit kann man anscheinend die... Oha, nett von dir. Ja, ja, ich gehe hier durch. Ich gehe hier durch. Ich koche, ich koche. Ich dribbel. Oh, ich habe ihn ausgenommen. Und ich schieße. Oh, das war viel zu doll. Ich habe mich komplett gekackt. Es tut mir leid. Hier, hier, ich bin Rückraum, Rückraum, Rückraum. Ja, egal, hast du gut gemacht. Ja, war kacke. Egal, gesaved los. Oh, schade. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, ich habe keinen Ausdruck mehr. Ich habe ihn doch nicht. Ich habe ihn durchgesprintet. Die ganze Zeit, kacke. Junge, wie sieht das aus wie Erwitze? Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich passe nicht, Alter. Ich mache den selbst. Nein, weil ich wirklich so ein egoistischer Saftsack bin, Alter. Die sind aber auch einer mehr, oder? Torwart, bitte. Der Torwart hat so gekocht. Egal, ich passe. Ich habe den Ball gehalten. Verdammt, ich habe... Oh, nein. Ja, verdammt. Kack, wie ein 2-0 hinten. Okay, Leute. Es könnte doch schwieriger werden. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht. Aber jetzt ist er ein bisschen doof in die Ecke gelaufen. Egal, ich habe ihn. Och, das war ein Pass übrigens. Nee, das war ein Schuss. Verdammt. Der Torwart pennt, der Torwart pennt, der Tor... Kann ich den Torwart wegkretschen? Ich denke, man kann den Torwart wegkretschen. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ich sehe nicht. Alter. Wir kriegen ja schon wieder das 3-0. Hier einfach mal passen. Auf rechts. Links meine ich. Also da, wo ich stehe. Ja, habe ich Großfuß wieder egoistisch, ey. Der eine hat vor allem Torwart-Handschuhe. Also der Torwart ist tatsächlich ein Macher. Aber leider ist sein restliches Team, besteht aus kompletten Vollversagern. Er heißt einfach Messi, Alter. Das ist... Ich kann das nicht mehr. Wenigstens ein R, ein Torwärter, will ich machen. Kommt. Es ist halt schon krass, dass die einer mehr sind. Das macht schon einen heftigen Unterschied. Es ist so sinnlos, dass man sich überhaupt anbietet. Die Leute spielen eh nicht ab. Oh, Alter. Das Lattenkreuz. Das war tatsächlich lustig. Ich könnte passen, aber ich mache es nicht. Oh, big, big, big. Das war ein Traumtor. Ich habe es gar nicht richtig gecheckt. Alter, der hat aber auch heftiges Setup. Der zockt das ja nicht zum ersten Mal. Meint ihr, wir können noch den Ausgleich holen? Wir haben noch drei Minuten Zeit. Da geht was. Der will, der will, der will einen Longshot machen. Nee, der will Zeitspiel machen. Das ist krank, was ich hier sehe. Ja, jetzt passt er zum Torwartsafe. Was ist das denn für ein Assi, Alter? Ja, ich bin doch nicht doof, Alter. Aber mein Spieler fängt den ab, wie eine Eins. Nee. Ja, wir haben aber einen der Spielverteidigung. Das ist strong. Aber er rennt am Ball vorbei. Das ist nicht so strong. Ja, das war big, das war big. Gott. Ja, ja, ja. Na. Torwart, haste. Haste. Torwart? Ja, Torwart ist ... Ich habe den am Anfang gelobt, aber der ist noch ein bisschen verwirrt. Wirklich, die spielen nicht ab. Es ist krank. Ich meine, ich auch nicht, aber ... Alles in der Mitte frei. Meinst du, das juckt hier irgendein Schwa ... Schade. Oh mein Gott. Ich bin hier so frei. Es juckt keinen Menschen. Das war tatsächlich eine Traumparade. Oh, oh. Nein. Ah, wir haben den Award bekommen. Leider, das Spiel verloren, aber wenigstens den Award bekommen. Äh, ich habe, ähm ... Er schreibt easy. Ich kann das nicht mehr. Ich habe nicht mal ein Tor gemacht. So eine Kacke, ey. Okay, ich will ein Tor noch machen. Ja, danke für meine super Leistung. Brüssel gegen Bern. In Bern natürlich, klar. Diesmal nicht mal rechter. Er ist doch Flügelspieler. Ähm, ich habe Credits verdient. Da muss ich mir doch was mit kaufen können hier, oder? Ja. Wir haben 1200. Das reicht nicht mal für ein Bronze-Pack. Mann, ey. Ich dachte, ich kann mir jetzt wenigstens mal ein cooleres ... Weiß ich nicht. Irgendwie coole Schuhe kaufen oder so. Es gibt keinen Torhüter. Ey, ich könnte auch Torhüter werden, ne? Ho. Nee, nee, nee. Ich will ein Tor machen. Pfeif auf Torhüter. Let's go. Vielleicht habe ich jetzt ja mal einen Ehrenmann. Die sind nur zu zweit. Da muss was gehen. Kann ich mal ... Oh, ich habe ihn dir geklaut. Und? Nee, ich wollte gerade schießen. Das ist so krank. Egal, die kriegen wir. Oh, big, big, big. Und jetzt, passt auf. Oh, er hat ihn gehalten. Er hat ihn gehalten. Ay, Karamba. Hä, plötzlich sind die irgendwie zehn Leute. Die haben sich internationale Talente hier dazu geholt. Boah, der Torwart kann was, ne? Ich sehe das schon. Aber nicht mit mir! Nein. Das ist krank. Der ist drin. Der hält die alle, ne? Das ist wild. Ja, aber dieses Mal nicht. Und? Ja! Ich habe ihn ausgeguckt, neblich. Angetäuscht, links, geschossen, rechts. Wie ein Profi. Vier Münzen haben wir. Dann gehen wir mal zum Lumber Tycoon 2, um uns die fünfte Münze zu holen. Let's go. Holz are us. Ei gewünscht. Siehe begleitet. Ah, der Hunte. Guckt mal, wir müssen dir ein Ei bringen. Okay. Wir brauchen erst mal eine Axt tatsächlich. Müssen wir da mit ihm reden? Hey, Tom, gib mir mal eine Axt, mein guter Ei. Ah, der erklärt mir jetzt, wie ich diese ... Ich brauche ein Ei. Vielleicht aus der nahegelegten Höhle. Ah, die Höhle ist da, ne? Man sieht das. Okay. Äh, ja, Fragezeichen. Es verbraucht Holz. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie Holz sammeln und das zu dieser Höhle bringen. Hab ich verstanden. Aber wir brauchen hier eine Axt. Ich muss das, glaube ich, so greifen und dann hier drauflegen, oder? Boah. Ah, Kosten 12. Wir haben 20. Also, würde ich sagen, äh, kauf mal das Ganze. Aber wie kann ich das kaufen? Ah, kaufen? Ja. Vielen Dank. Jo, korrekt. Gehört's jetzt mir. Box öffnen. So, jetzt haben wir eine Axt. Zack. Mit dieser Axt kann ich jetzt hier hingehen und Holz fahren, vermute ich mal. Tut sich da was? Also, ich klopp da so Rillen rein. Ich denke, da passiert irgendwas. Ist das schon verarbeitetes Holz? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, da tut sich nicht viel. Wir suchen uns mal lieber einen richtigen Baum. Hier, den hier. Nee, sieht tatsächlich genauso aus. Jetzt schlage ich da so Rillen rein. Ah, okay. Und wenn die Rille einmal durch ist, dann droppt der Baum, glaube ich. Bopp. Jawohl. Und jetzt können wir den nehmen und den in die Höhle tragen. Oder wie? Oder muss ich den noch verkleinern? Oder kann ich da wirklich so einen Riesenbaum einfach reinschleppen? Wir werden es herausfinden, was das Monster will. Komm her, Monst. Boah, Alter, es ist arschdunkel. Man sieht ja nix. Kann man mir eine Faggel anmachen? Ah, hier wird es wieder heller. So, das sieht man aus wie der große Raum, wo sich das Monster befindet. Ah, ja, ja. Oh Gott. Was zum Tanker ist das? Okay. Äh. Ja, willst du Holz vielleicht? Wartet. Ich glaube, ich muss das noch kleiner schlagen. Aber ich versuch's mal. So. Das ist doch jetzt ein cleanes Ding. Das muss doch klappen, oder? Muss ich das jetzt einfach hier drauf? Wartet. Zack. Oder kann ich das auch noch zerkloppen? Ah, das kann ich auch noch mal zerkloppen? Okay. Das kann ich auch noch mal zerkloppen? Ich denke, ich kann... Oh! Das frisst das Holz. Hat's ein Ei gelegt? Ne, ich glaube, es muss ein Ei legen. Ah, oh, 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 oh. Überprüfen. Ein Ei. Ich will es nicht zerstören. Ich will es mitnehmen. Ich glaube, das müssen wir jetzt mitnehmen und das dem Shop-Eigentümer bringen. Let's go. Warte, wenn man das hier fallen lässt, dann rollt das aber auch wieder den Hügel runter. Man findet es nie wieder, weil, wie sieht man wirklich die Hand vor Augen ja nicht. Ab mit dem Ei. Das fliegt hier so ein bisschen vor uns rum. Zu Holz R Us. Und ich vermute mal einfach den auf die Ladenträse da legen. Und dann mit dem mal quasseln. Nehmen wir drauf da. Ja, so. Und jetzt chatten. Tada! Und wir haben die Abzeichnung bekommen. Die Jagd. Let's go. Ab zurück. Gunfight Arena. Das ist doch geil. Da holen wir doch gern unsere sechste Marke, oder? Let's go rein da. Okay, hier haben wir die Quest. Okay, Quest der Erstbelohnung primär. Okay, Spieler auf jeder Karte. Anderer Spieler markieren. Getaggte Spieler droppen spezielle Gegenstände. Sagen die Gegenstände ab, um die Quest abzuschließen. Okay. Andere Spieler taggen. Das Taggen ist, glaube ich, einfach hier so ein Codeword für umlegen. Ich habe hier übelst starke Waffen, glaube ich, schon gekauft. Ich nehme eine Galil. Ich glaube, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ich denke, ich bin hier sehr, sehr gut drin. Let's go. Wir droppen. Ich höre in die Runde rein. Wie geht denn das? Hier. So. Ja, das ist das Spiel, wo ich da die 100er-Bomb gemacht habe. Wo ich 100 Kills hatte. Das dann. Wir haben ihn getaggt und der hat einen special Gegenstand gedroppt. Wir haben eins von zehn. Den Dolch. Das ist der erste sozusagen. Neun verbleibend. Okay, let's go. Das war geil, das Spiel. Ich erinnere mich. Das war richtig cool. Wobei ich die jetzt hier alle kille. Dann kann ich ja die Gegenstände nicht aufsammeln. Wisst ihr, das ist ein bisschen das Problem. Das bringt mir. Also, es macht schon Spaß. Ich habe einen Gegenstand eingesammelt. Ich glaube, wenn ein Kollege neben mir gestorben ist oder so. Hier brauche ich nur noch acht. Da sind welche gedroppt. Bitte? Nice. Da habe ich zwei Kills gemacht. Und da liegt auch ein Gegenstand. Oh, nein. Das war richtig schlecht. Ich habe, glaube ich, aber noch ein Gegenstand. Ich habe eine Million Münzen. Ich habe aber noch einen Gegenstand eingesammelt. Ich glaube, es fehlen nur noch sieben. Hier gab es auch Kills, Schwiegs. Das war auch... Oh, da liegt noch ein Gegenstand, den wir natürlich auch haben. Mehrere. Oh, die sind gerade weg. Ich muss halt hier mal offensiv gehen, die Gegenstände einsammeln. Ich kämpfe einfach an der Ecke, bis die runterspringen. Das ist die Taktik, glaube ich. Die Maps ist auch ein bisschen... Oh, Bruder. Mein Spot. Taktik, also... Ja, du kannst nicht auf mich draufspringen. Hier kommen die jetzt gar nicht mehr raus, oder wie? Bleiben sie denn? Da hinten bringt mir ja nichts. Da kann ich nicht hin. Ich lag gerade nach. Nice Gegenstand. Bei dem ist jetzt wissen die, dass ich hier campe. Das heißt, die werden direkt neun verbleiben? Ich habe doch schon mehrere eingesammelt. So steht da, muss ich alle neun in einem Leben machen, oder wie? Dann ist das gar nicht so unschwer. Weil da ist diese Map auch sehr ungeeignet dafür. Da kommt einer, ich will laufen. Da ist er. Ja, ja, die hat schon gegeiert auf mich. Aber nicht mit mir, Alter. Sieben Gegenstände verbleiben. Achso, ich muss ein Gegenstand zehnmal, kann das sein? Jetzt haben wir Radar. Das ist big. Da vorne sind sie. Und go. Nein! Mann, Alter. Einen habe ich erwischt, aber die waren zu viert. Vielleicht doch M60. Ich glaube, M60 war besser, oder? Let's go. Oh ja, das sieht mir schon eher nach meinem Geschmack aus. Oh ja, also die Waffe ist viel besser. Direkt drei erlegt. Vier. Fünf. Nice. Kann sein, dass ich jeden Gegenstand zehnmal einsammeln muss? Das dauert dann tatsächlich ewig. Ich habe Radar. Ich habe eine Drohne. Die schmeiße ich da rein. So. Oh, ho, ho, ho. Und jetzt habe ich die Minigun. Und jetzt wird es lustig, Leute. Da sind so viele Gegenstände. Und ich muss da hin. Nein! Oh, man! Da lagen sieben Gegenstände. Ich bin der Einzige, der Radar macht die ganze Zeit. Meine Kollegen machen gar nichts. Drohne, losflieg! Ja! Ja, man muss halt offensiv, ne? Oder sind die da alle in der Ecke? Aber das rettet sie. Oh, mein Gott. Zehn Gegenstände. Okay, ja, ich muss anscheinend jeden Gegenstand zehnmal einsammeln. Okay, ich habe es gecheckt. Nice. Zwei Gegenstände. Oh, liegt so viel, Alter. Da liegen so viele Gegenstände oben. Aber da kommt man halt nicht hin, oder? Ich kann da halt eine Drohne hinschmeißen, aber das bringt mir ja nichts. Ich kenne meine kurzen Ecke. So, viel Ze... Oh. Oh, mein Gott. Nein. Mann, die sammeln mir die Gegenstände... Die Leute können die Gegenstände klauen. Wie sinnlos. Alter, der kommt direkt aus Bayern. Der ist aus Bayern zugeschaltet, der Kollege. Oh! Bitte, wenn ich die Gegenstände klaue, das waren alles meine Kills. Oh, den nebenbei mitgenommen. Nice, easy, easy. Das waren viele Gegenstände, das war big. Das kannst du nachhören, hab Stress. Ich mache Minigun einfach. Minigun eh am besten. Und jetzt komm, ich habe Minigun. Nice, drei Gegenstände. Ich habe 8 HP, alter. Praktischer Rückzug. Ja, ich kill die zwar alle. Ich weiß doch, was da gerade passiert ist, Kollege. Guck mich nicht so an. Ey, nerf mir nicht. Aber es bringt mir ja nichts. Ich kann die Gegenstände nicht einsammeln. Oh Gott, die brechen durch auf der Seite. Hilfe. Minigun. Action. Wo sind sie? Da, da, da. Oh, das sind Big-Baba-Gegenstände. Oh. Die klauen mir die Gegenstände. Die machen keine Kills. Glaubt ihr das? Der steht da in der Ecke. Aber es sind meine Gegenstände, bitte. Okay, das eine haben wir fast. Noch zwei. Ja, das ist ein bisschen quarkig hier alles tatsächlich. Hm. Mein Team ist halt zu stark. Ich müsste im schwächeren Team sagen. Der besser. Jetzt sind die halt da drin. Oh mein Gott, ich habe zehn Sekunden noch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind tausend Gegenstände. Ich habe zehn Minuten schnell nachladen bekommen, weil ich dritter geworden bin. Oh, ich bin bei einem dritter geworden, wo ich beigetreten bin. Da war das Spielchen halt vorbei. Okay. Bazaar, sage ich. Boah, King of the Hill ist aber, King of the Hill ist glaube ich besser. King of the Hill. Das ist besser für Items einsammeln, sage ich. Direkt rein. Keine Zeit verlieren. Wir brauchen die Gegenstände. Abfahrt. Keine Zeit, jemand Stress. Das sind tausend Gegner. Easy. Das Ding ist, ich kämpfe nicht nur gegen die... Ah! Muss abziehen, muss ab durch die Hecke. Ich kämpfe nicht nur gegen die Gegner. Ich kämpfe auch gegen meine Kollegen, weil die klauen mir die ganze Zeit alle Gegenstände. Da oben hockt einer. Das ist assi. Hör auf damit. Hab ich. Ich habe ich auch. Komm, guck nochmal raus. Ja, das ist ein Fehler. Ich habe eine Drohne, die schmeiße ich da oben in den Spawn. Dann gehe ich hier in die Ecke, laden wir kurz nach. Ich habe sogar einen Kill gemacht damit. So, gleich habe ich einen Minigun wieder. Ich muss halt in den Spawn richtig... Oh, da ist ein Gegenstand. Irgendwie, hier ist es richtig tief rein. Ja, die hocken jetzt halt hier. Das ist halt das gleiche Problem wie auf der anderen Map wieder. Tut mir schon ein bisschen leid, ne, sage ich ehrlich. Aber irgendwie auch nicht, weil ich bin ja schließlich auf einer Mission. Oh, ja, verdammt, verdammt, da hat sie mich. Egal, wir hatten eine gute Streak, passt schon. Es gibt gar nicht so viele Gegenstände, glaube ich. Es gibt irgendwie nur fünf oder so. Und ich brauche halt zehn pro Stück. Das ist schon viel, überleg mal 50 Dinger, Alter. Also, jemand, der hier wenig Kills macht, braucht dafür, glaube ich, ewig. Selbst ich brauche ja voll lange schon. Und bei mir läuft, glaube ich. Das ist der Spawn, jetzt checke ich das erst mal. Da sind ja wieder zehn Gegenstände von mir, die mir wieder schön abgerippt werden. So, mal schöne Drohne reinschmettern, so. Hopp. Und jetzt haben wir die Minigun wieder, das ist strong. Ja, es bringt mir aber nichts, sie hier draußen zu killen. Eine Eistüte noch. Okay, Sammlung abgeschlossen. Item gesammelt. Habe ich es bekommen? Nee, ich muss noch andere sammeln, ne? Oh, man, Alter. Okay, let's go, weiter geht's. Sind die da wirklich rausgekommen? Team! Bin ich hier allein, oder was? Die Burger habe ich safe noch nicht. Ah, Mann, von den Bürgern habe ich richtig wenig erst. Bitte mich, meine, Alter, meine, Alter, meine... Alter, das war so schnell gegaunert, Alter. Ich kann mich gar nicht gucken. Hört auf, da oben auf diesem Balkon zu gammeln, Alter. Weg mit euch. Sprungfeder, big. Nice, ich brauche noch zwei. Wie hat es gesagt? Pizza. Pizza haben wir aber schon. Ich brauche auf jeden Fall noch von der Sprungfeder zwei. Und von Burger-Safe auch noch. Da Burger auch noch zwei. Sprungfeder zwei, Burger zwei. Ich glaube, das haben alle. Sprungfeder noch einer. Pizza, was haben wir da? Sprungfeder, Sprungfeder. Nice, Sprungfeder haben wir. Oh, Mann, das wird so schnell geklaut, ne? Das ist wirklich krank. Kriminell ist das. Der hat einen Burger, der hat einen Burger. Zwei Burger. Nein, der hat die mir weggerippt. Ich mache hier nebenbei eine Nuke. Das ist das Geile auch an der Sache. Aber das ist gar nicht das, was ich will. Der hat einen Burger. Den ist jetzt auch und der wird geklaut. Ist das krank, Alter. Die machen keinen Kill. Aber es sind instant da, wenn es einen Burger zu wegfrasen gibt, Alter. Oh, ein Burger. Danke, noch einen. Burger. Ja, Sammlung. Ja. Ich will die Waffe ausprobieren. Geht nicht mal. Ich habe nur eine Waffe freigeschalten. Legendäre. Geht nicht. Hallo. 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 Ach so, ich stand nicht mit Schutzschild, glaube ich. Jetzt. So. Ich möchte ins Min... Ne, äh, ja. Ich möchte meine neue Legendary Waffe doch bitte. Zack. Ach, du Heilige. Oh. Die sieht kriminell aus, muss ich ehrlich sagen. Okay. Let's go. Ganz kurz nur. Die probieren dann ab ins nächste Game. Aber die... Jetzt haben wir die uns so hardcore erspielt, das musst du die auch testen. Ich kann mal Radar machen. Und ich habe sieben Radars gestackt. Ich habe die ganze Zeit nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte, meine Teams zu unterstützen. Ich war selbst die Kills. So. Ja, die spielt sich auf jeden Fall anders. Macht 98 Schaden. Das heißt, naja, sie one-shottet halt nicht, ne? Aber jemand, der schon einen Hit bekommen hat, ist auf jeden Fall weg. Aber ehrlich sagen, da finde ich meine, die ich benutzt habe, doch besser. Weil die schießt sehr unkontrolliert. Merkt ihr das? Das war die sechste Marke. Das war tatsächlich gar nicht so einfach. So. Was sehen wir denn jetzt? Es gibt so viele geile Spiele. Ist eigentlich alles geil, ne? Wir nehmen... Ich will so ein richtig cooles. War Machine. Schatzsucher-Simulator. Da sind wir doch komplett OP drin. Das haben wir durchgespielt. Das sollte ja easy gehen. Entdecke drei neue Schatzungen. Rubin, Diamant, Amethyst. Jeder Bereich, jeder Bereich, jeder Bereich. Tiefe. Okay, das heißt, wir müssen mindestens in die 300. Rubin, Diamant, Amethyst, muss man es merken. Ich habe irgendwas in meinem Inventar. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir bauen mal ab. Ach so, das ist meine... Das ist meine Spitzsacke. Ich weiß nicht, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Warte mal. Da ist eine Kiste. Aber das ist nicht die, die wir suchen, oder? Ich glaube nicht, ne. So, neue Kisten also. Oh, das ist doch... Das ist eine Kiste auf jeden Fall. Aber das war keine neue Kiste, glaube ich. Das? Diamant... Ne, Rubinkiste oder so war das, ne? Okay, wir graben uns einfach mal runter. Oh, das ist eine Rubinkiste. Jawohl, damit haben wir die erste. Easy. Dann die nächste war ein bisschen tiefer. Bei 50 oder so. Ah, das war Amethyst. Genau, die nächste gab es bei ungefähr 300. Das heißt, das müssen wir richtig runter racen. Da gab es dann die letzte. Zum Glück bin ich halt schon OP in dem Spiel. Deswegen können wir uns hier einfach die 300 Blöcke... Ja, nee, 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 nee. Das kannst du mal kriegen, dass ich hier dann... Oh, oh. Das hat es ein bisschen bestäulich. Was ist das? Was ist das? Das war so, oder? Ich habe ja jetzt keine Ahnung, ob die es war. Die muss auf 300. Die sah auch neu aus. Regenbogenkiste. Die ist auf jeden Fall starker. Die hat eine Million HP. Ich glaube, das war die nicht, aber ich baue sie einfach trotzdem ab. Weil ich glaube, das ist OP. Aber im Selbstverständnis tut der Finger ein bisschen weh vom gedrückt halten. Aber es geht schon. Wir haben drei Viertel... Überall, wir haben 80% schon geschafft. 90%. Jetzt sind wir bei noch 80.000, 70.000, 60.000, 50.000, 40.000, 30.000. 20.000, 10.000. Und? 108 Millionen. Das hat gescheppert. Wie hieß denn die dritte nochmal? Hä? Amethyst. Aber ich habe die noch gar nicht. Tiefe 100 plus. Diamant. Okay, das muss aber hier irgendwo sein. 100 plus. Okay, Diamantruhe. Dann gucken wir mal. Wir müssen irgendwo hier auf eine Diamantruhe treffen. Oh, warte mal. Nee, das ist eine Alien-Truhe. Das ist eine legendäre Truhe. Nicht interessant. Mann, läuft die ganze Zeit jemand hinterher? Ich bin hier gerade am Kochen für die Jagd. Mein Gude, lass mich mal Ruhe hier. Das ist ... Nee, Alien auch. Oh, was ist das? Was ist das? Gefangentruhe? Gewöhnliche Truhe? Nee. Ist ein bisschen irritierend, dass ich meine Spitzhacke sehe. Das muss ich sagen, im Osterspecial mal gewesen sein. Was ist das? Epische Truhe? Ah, dann war das eine Astronautentruhe. Dann war das eine epische Truhe, die ich abgebaut habe. Aber sie sah halt aus wie eine Amethystruhe. Weiß die gleiche Farbe? Weißt du? Epische Truhe? Nee, ist Müll. Goldene Truhe? Aber ... Verdammt. Aber sie sah aus wie Diamant, seid ehrlich. Rubintruhe? Das ist ... Aber die hatten wir schon. Das war die erste. Ich baue so schnell ab. Was ist das? Was ist das? Astronautentruhe? Quatsch. Goldene Truhe? Nee, wir brauchen Diamant oder ... Diamant! Nice. Da haben wir sie. Die nächste ist die Amethystruhe. Da müssen wir aber bis 300 runter. Okay, das heißt, wir haben uns einfach mal gerade runter. Ich frage mich, ob ich mir eine bessere Spitzhacke kaufen kann. Weil ich habe 336 Millionen Geld auf dem Konto und jetzt auch gleich eine Million im Rucksack. Okay, wir sind gleich bei 300. Das heißt, gleich könnte die Kiste kommen. Amethyst. Was ist das? Schnee? Nee. Ganz schön. Na, schade. Hätte aber Amethyst. Was ist das? Was ist das? Amethystruhe? Nee. Diamant, das kennen wir schon. Ich glaube, je weiter unten wir sind, desto wahrscheinlicher wird es. Also grabe ich mich jetzt einfach aufs Dumm hier mal runter. Amethystruhe, da haben wir sie. Eine Hunderttausender-Truhe. Sech dich. Aber Regenbogen war viel krasser, ne? Ich glaube, 90 Prozent meines Rucksack-Inhalts ist von dieser Regenbogentruhe, die ich abgebaut habe. Boom! Und dann haben wir den Erfolg bekommen. Und ich gehe mal nach ... zum Verkaufen. Das hat ja gar kein Geld gebracht. Also so gar nichts. Was ist das denn? Ich glaube, ich hätte ... Aber das ... Ich hätte, glaube ich, in eine bessere Welt gemusst, oder? Ja, ich habe doch hier schon bessere Welten freigeschaltet. Oh Mann, ey. Ich will mal gucken, ob ich mir eine bessere Spitzsacke kaufen kann. Ja, hätte ich doppelt so viel bekommen. Na, das ist natürlich ärgerlich. Shop. Ich will ein besseres Werkzeug. Ah ja, genau, genau. Das haben wir. 2000 Stärke. Das kostet 100 Millionen. Eine Nuke. 500 Millionen. Doppelbohre. Den haben wir nicht. Das gibt es denn hier alles. Goldene Nuke. Blitzschlag von Zeus Lupe. Okay, gibt es brutal geile Sachen, Alter. Aber wir müssen jetzt erst mal Vorlieb nehmen mit. Der einzigen Seite, die wir uns leisten können, nämlich einer Nuke tatsächlich. So. Ist aber ... Okay, warte, lass mich das mal testen. Das ist, glaube ich, cool. Okay, na ja. Ich habe von einer Nuke ein bisschen mehr erwartet. Aber okay. Sieben Stück. Oh, was passiert jetzt? Alter, irgendwas ist passiert. Es leuchtet alles. Hä? Einer hat sich das Ei gekauft. Mr. White. Ah, der hat noch ... Nee, nee, nee. Der muss das gewesen sein. Der hat 95. Neun Tage hat er dafür gebraucht? Aber er hat's. Glückwunsch, Kollege. Ich bin bei sieben. Ich schaff's auch bestimmt. Ich kann so Creator-Items droppen. Das ist eigentlich relativ wertvoll. Weil das kriegst du nur, wenn du einen Creator triffst. Und das ist halt ... Also nahezu ... Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber die checken nicht, dass das extrem selten ist. Hier, sammle das mal ein, Kollege. Das hier. Hier, sammle das mal ein. Das wirst du nie wieder am Leben kriegen. Ja, ja, die checken's, die checken's. Die checkt's. Sarah, nimm das Item. Kannst du noch gar nicht haben. Du hättest einen Creator treffen müssen. Es gibt, glaube ich, nur 300 auf der Welt. Das ist schon unwahrscheinlich. Die juckt das nicht. Okay, scheiß drauf. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ninja Legends. Da haben wir auch tagelang gespielt, das Game. Das ist so OG, Alter. Bam, 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 bam. Boah, ewig nicht mehr gezocktes Game. So, wie kriegen wir denn ... Wo steht denn hier die Kuahest? Ah, hier. Ich muss 500 Ninjutsu nur kriegen. Was war noch mal Ninjutsu? Einfach ruhig mit einem Schwert schlagen. Abgeschlossen. Ich musste 500 schaffen. Und ich hab 66 TRV geschafft. Ich seh so gut, Alter. Das sieht so geil aus. Aber auch, ich war so OP in dem Game früher. Aber es ist so viel. Es gibt so viel mehr jetzt. Das kenn ich alles gar nicht. Ich hab so viele Jumps. Ich hab 24 Jumps. Ich kann bis zur ersten Insel einfach mit Dauerjumps durchspringen. Ja, nur fast. Okay. Aber nicht lange aufhalten in dem Game. Wir haben geschafft, was wir schaffen wollten. Ab ins nächste. Ab in den Holzfäller-Simulator. Das nächste Game. So. Wird geladen. Das Spiel ist sehr, sehr neu. Deswegen wundert es mich, dass das hier drin ist. Aber es lädt kräftig. So. Okay. Besiege den Event-Boss Hase aus der Event-Zone um das ... Okay. Welt 2. Okay. Das hab ich noch nicht gespielt tatsächlich. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen grinden. Gibt's das kostenlos? Nee. Wir machen Speed-Durchlauf. Gar keine Zeit, uns hier festzuhalten. Also, wir schlagen mit der Axt und sammeln dafür Punkte. Hier kann ich trainieren. Zack. Hier kann ich ... Okay. Dann verbessere ich mal meinen Mausdrücker sozusagen. Hier sind die Gegner. Ich muss aber erst in Welt 2 kommen. Okay. Ähm. Kostenlose Belohnung. Die Schnabbel ... Äh. Ich bin nicht in der Gruppe. Verdammt. Bringt nichts. Äh. Für Vins können wir uns die Haustiere holen. Ist auch klar soweit. Tägliche Belohnung muss es aber geben. Zehn Vins. Das ist perfekt. Das heißt, wir können uns direkt zwei Haustiere holen. Guck mal, wie ich hier rumjumpe, während das heiße. Ich öffne das. Das sah lustig aus. Äh. Haustiere. E-Q rücken wir beide. Damit haben wir jetzt mal 2,8 Bonusboost. Jetzt kriegen wir brutal viel. Das schmeckt. Wir haben eine Belohnung außerdem hier auch bekommen. Äh. 1.000 Stärke. Ay, caramba. Wie viel hat er denn empfohlen? 50. 700. Ja, dann machen wir direkt den 5.000er, oder? Ich kann auch eine bessere Axt offensichtlich kriegen. Warte mal. Ah, wahrscheinlich, indem ich die besiege. Dann besiegen wir erst mal den. Warte mal, lass uns das mal kurz testen. Den sollten wir ja easy machen eigentlich. Dann krieg ich bestimmt seine Axt. Ja, wir holzen zuerst. Ah ja, jetzt hab ich die Dane-Axt. Genau. Und die bringt mir noch mal 15% Boost. Okay. Ah, gar. Äh. Das heißt, sobald wir 5.000 haben, fetzen wir den. Was ist das hier? Geschenke? 90% Rabatt auf ... Oh, was? Hä? Der kostet 400 mit 90% Rabatt. Wer zum Teufel ist das da hinten, Alter? Magische Echse-Endboss. Das sieht aus wie die Echse aus Monster-AG, nur mit einer anderen Farbe, ne? Alter, die Axt sieht aber brutal aus. Wenn du die kriegst, schmeckt. Wie viele Haustiere können wir denn equippen? Hm, noch ein weiteres. Das heißt, wir holen mal noch das Billig-Ei. Alter, der ist im Grind. Boah. Schau dir mal die Haustiere an. Das ist wild. So, wir haben 10.000. Das heißt, wir können locker den hier besiegen. Da kriegt man die bessere Axt. So, bessere Axt mal 1,2. Wir können rebirfen. Ja, aber 10 ... Na doch, wir haben eh jetzt am Anfang nicht so viel zu verlieren. Ach, da verliere ich die Axt. Nee, das kann ja nicht sein, oder? Nee, wollte grad sagen. Ich hab ohne Axt zugeschlagen, wie dumm. Ich hab auf jeden Fall hier ein Geschenk. 50 Wins. 50 Wins. Warte mal, da können wir uns das bessere Ei holen. Pop. Episches Haustier. Big. Ich kann schon wieder rebirfen. Hä? Äh ... Ich weiß nicht, ob wir rebirfen sollten. Das hat, glaub ich, keinen Sinn. Ähm, wie viel brauchen wir denn für den Baumeister hier? 45 ... Okay, 45.000 Rebirth macht vielleicht doch Sinn. Wir haben 27, 29, 30.000. Das heißt, deutlich zu wenig, um den zu besiegen. Aber vielleicht klappt's ja mit Autoklicker. Dann kriegen wir diesen Baba-Axt-Hammer. Es klappt tatsächlich. Obwohl wir viel weniger haben. Das ist geil. Okay, da kriegen wir seine Axt jetzt. Bupp. 375 Wins. Das schmeckt. Äh ... Bupp. Am besten ausrüsten. Zack. Und wir rebirfen auch ... 10% ist schon viel. Und das kostet ... Ich verliere nicht die Kraft, ich verliere nur Wins. Ah, ich verliere auch die Kraft. Verdammt. Okay, 275. Das heißt, wir können hier noch mal uns das Ei holen. Okay, Husky. Äh, den Rest geben wir aber für einen besseren Schweif aus. Da haben wir jetzt nämlich die Möglichkeit, diesen hier zu kaufen. Der gibt noch mal 5% mehr Wins. Das ist nicht schlecht. Fight gegen die magische Echse. Und wir putzen die, Alter. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall ihre Waffe. Also ihre Axt, meine ich. Äh, 1.800 Wins. Wir brauchen 15.000 Wins um ... 1,4. Die ist schon krass stärker. So, kann ich irgendwie automatisch kämpfen? Auto-Fight gegen die Echse. So, let's go. Ich habe einen Apfel bekommen. Was kann denn da ein Apfel? Okay. Machst du mich erst mal ... Okay, wartet. Ich muss mal checken. Vielleicht hilft uns das ja hier, ein bisschen schneller zu sein. Ein Apfel. Ah, das ... Ah, okay. Das ist einfach so ein Früchte-System. Man kann einfach Früchte finden und die levelt man dann, wenn man sie häufiger findet. Und die geben einfach so einen Krieg-Boost. Na, okay. Also bringt uns jetzt für den Kampf erstmal nichts, aber damit kannst du besser trainieren. Okay. Ich glaube, nach dem mal ... Ne, ich glaube, wir kriegen irgendwie 1.500 oder so einen Schall. Ah, doch, 15.000. Ich glaube, das können wir rüber, oder? Jibbi, aber die nächste Welt. Und hier muss es eine Event-Welt geben. Genau, hier. Event-Zone, da müssen wir rein. Zack. Und hier müssen wir den Boss besiegen, genau. Besiege ich den schon? Einfach mal auf dumm testen. Der hat aber eine mächtige Axt. Oh! Ah, nein. Besiegen wir nicht. Okay. Der ist stark, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Hier kann man auf jeden Fall neue Klicker kaufen. Und hier gibt es ja nicht auch neue Haustiere. Aber ich weiß nicht, ob ein Haustier so ... Na, ein Haustier ist schon schlau wahrscheinlich, ne? Haustier brauche ich gar nicht so viel, weil ich kriege eh ... Hier kriege ich in einer Minute eins. Und dann kriege ich hier noch mal in ... Ähm ... Sieben Minuten eins oder so. So, äh, warte mal. Haustier. Das heißt, wir kaufen nur eins. Aha. Jetzt geben wir unser restlichen Winz. 7000 haben wir für einen Trail aus. Nehmen wir den hier. Bamsa. Ah, ich habe das kostenlose Haustier. Aber bitte jetzt zumindest als 30er. Das Alien, das Alien im Ufo. Mindestens. Baaah. Das war nicht das Alien im Ufo. Das ist so schlecht. Also ich kann das gerade so ausrüsten. Das ist ja demütigend. Ich habe Geschenk. 22.000 Winz. Trail. Ich sage Trail. Jetzt können wir den uns holen. Ne, aber das bringt mir ... Das bringt mir stärker aber auch. Doch, das macht Sinn. Okay. Wann haben wir das jetzt hier? In vier Minuten. Ich hab halt schon brutal trainiert irgendwie. Kann ich irgendwie meine Achse noch verbessern? Fünf Millionen. Die sind alle wirklich sehr, sehr stark leider. 1,5 Millionen, dann haben wir noch einen besseren Klicker. Dann lass uns den noch holen. Ich seh halt nicht ein, hier Robux auszugeben. Ich will das Free-to-Play machen. Das ist hier mir ein Bedürfnis. So, ab in die Osterwelt. Wir machen mal einen Test. Vielleicht klappt's, ja. 15 Millionen hat der. Ja, das kannst du also komplett, Alter. Holy moly, Alter, 15 Millionen. Das heißt, der ist so stark wie ... Ich hab doch irgendwie die Stärke von denen gesehen. Ah, nee. Da steht nur, was man braucht, aber nicht, wie viele sie haben. Ich mach mal gegen den. Der hat 5 Millionen. Okay, aber den werd ich auch nicht besiegen, oder? Nee, alter Schwede. Puh, das ist noch eine lange Reise, Leute. Das heißt, das wird ungefähr so, wie der Yeti hier sein. Oh Gott, sorry, Leute. Ich klicke ja irgendwie rum. Ich hab jetzt 4,3. Das müsste eigentlich reichen, um den coolen Weihnachtsmann zu plättern. 4,4 sogar. Ja, reicht locker sogar. So, das heißt, wir besiegen schon mal 5 Millionen. Und wir haben die Zuckerstange als ... Besserer Spitz ... Äh, Axt. Die gibt nochmal 5% mehr. Wir haben außerdem in ... Warte, was müsste das eigentlich ... Eine Minute noch. Gleich haben wir das Haustier. Ähm ... 50 ... Oh, die sind sehr, sehr stark. Ja, zack. Event-Eye. Bitte ein Gutes. Bitte ein Gutes. Bitte ein Gutes. Episch. Glaub ich, das Schlechteste, oder? Ähm ... Okay, warte. Ich muss gucken. Mein bestes Haustier hat bisher mal 4,5. Und das hat mal 15. Puh. Das wird ein Baba-Boost geben. Plus haben wir hier jetzt noch den dämonischen Dominus uns freigeschaltet. Und der hat nochmal ... Ah, mal 5 leider nur. Aber es konnten unsere Haustiere schon rapide verbessern. Plus haben wir jetzt eine bessere Axt. Das heißt, jetzt geht es nochmal schneller voran. Ähm ... Ja, gut. Die Frage ist, wir brauchen wahrscheinlich so 12 Millionen, um den 15 Millionen dazu besiegen, würde ich jetzt mal so vermuten. Das heißt, kann ich irgendwas mit 11 ... Kann ich irgendwas mit den Vince machen? Ich kann ein Haustier kaufen, aber das bringt mir natürlich nichts. Ich habe einen Haufen Event-Haustiere jetzt schon. Ähm ... Okay. Meint ihr, 11 Millionen reichen? Ich sage, 11 Millionen reichen vielleicht sogar. Wir fighten mal mit 11 Millionen gegen den. Ähm ... 10,8. 10,9. Und ... 11. Let's go. Komm ran, Alter. Osterhase. Ja, reicht. Haha. Geil. Okay. Abgeschlossen auch dieses Spiel. Bup. Nice. Zack. Wie stark ist denn die Axt? Mal 10. Bruder, die ist komplett overpowered. Alter. Aber juckt uns nicht. Ab ins nächste Spiel. Barry Gefängnis Run. Mann, das Original. Geh mal rein. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Münzen wir hatten. Aber schon ein paar, ne? Also, ich meine so. Okay, was muss ich machen für das Hunt-Event? Spielen. Schlagen Sie einfach Smoothie auf den Herd, das sind für Schwierigkeitskraft. Ich habe es doch schon auf leicht geschafft. Ah, das ist Hunt aber auch. Hinweis. Okay, let's go. Ich muss es komplett durchspielen für ... Okay. Hunt Edition. Okay. Donuts. Barry ist auf einer Bananenschale ausge ... Also, gestolpert. Sehen wir hier. Ey, Barry, du Arschgeige. Und seine köstlichen Donuts haben sich überall verteilt. Kannst du alle 10 Donuts finden? Oh nein, ich habe aus Versehen hier Dings aktiviert, das ist hier aus Ego-Perspektive. Egal. Spielen wir es aus der Ego-Perspektive. Hier ist doch safe schon ein Donut, oder? Nee. Ach, die sind alle in diesem Raum einfach. Okay, dann werden wir nicht lang brauchen. Ja, ja, Barry, wirklich, dir geht es gut, ey. Meine Güte, ey. Hier, hier. Müssen wir hier drücken. Jetzt gehen wir hier lang. Hier lang. Boah, ich habe das noch nie in Ego-Perspektive gespielt, das Game, ne? Hier lang. Brauche ich das? Wahrscheinlich, um das Ding aufzumachen, ne? Zack. Und hier runter, zack. Ah, und hier sind wir schon bei den Donuts. 10 Stück. 1, 2, oh, oh. 3, 4, schön eng dran, damit er mich in der rennen kann. 5, Zitrone, 6, 7. Das ist eher, ach, das ist so eine Sahneschnitte. 8, 9, äh, äh, mit Zuckerguss. Also hier Zucker-Dings. Ah, 10, alle geschafft, Barry, du Versager. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz hinkommen, Alter. Der ist mir nämlich hier komplett am Hinterherspringen. Äh, oh. Ja, da guckst du, blöde, hä? Geil geschafft. Cool. 10 Münzen haben wir damit geschafft. Ich dachte ehrlich, dass wir eigentlich alle in einem Video machen. Aber ich glaube, das Video ist jetzt schon überlang. Also, ähm, okay, äh, Leute, wenn ihr einen weiteren Parts hier wart, in dem wir uns mehr Münzen erspielen, flankt unbedingt den Like-Baden. Ich würde sagen, mal zu 10.000 Likes, das gebe ich mal rein. Schaut auf www.banks.shop vorbei für die neuesten Banks-Hoodies, wenn ihr euch da ausstatten möchtet, oder T-Shirts für den Sommer. Bis morgen, euer Benzorn. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017